Ich habe in der Ausbildung schon im Querschnitt einen Einsatz gehabt. Also war das schon auch mein Wunsch, dann hier hinzukommen. Und war auch die richtige Entscheidung, absolut. Ich mag dieses Nähe, dieses bisschen Private dann auch und auch die Fortschritte, die die machen. Wie gesagt, jetzt der Nachbarpatient, der konnte nichts am Anfang und jetzt geht der überstand in den Rollstuhl. Und das ist natürlich auch unser Verdienst. Das Berufsgenossenschaftliche macht für uns einen großen Unterschied in unserer Arbeit, dass die berufsgenossenschaftlich versicherten Patienten eben länger bleiben können. Die können die Reha auch hier machen und bleiben dann dementsprechend natürlich auch lange, also bis zum Jahr unter Umständen, bis zu Hause umgebaut ist. Und da lernt man sich halt schon gut kennen. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, es ist Übergabe und der Tag ist gelaufen. Und das war ein guter Tag, dass das so alles geschafft, dem Patienten geht's super, dir geht's super. Da bin ich natürlich stolz. Mir liegt das, ich mag das und deswegen bin ich ja auch ganz glücklich. Ich freue mich. Vielen Dank.